Tonnenschwere Kolosse mit filigraner Technik. Traubenvollernter. Mittlerweile wird weltweit ein großer Teil des Weins mit ihnen gelesen. In Deutschland wurden sie bisher nur in einem kleinen Dörfchen gebaut. Ausgerechnet im biertrinkenden Hunsrück. Bei der Firma Ero in Niederkunft. Doch dort ist längst kein Platz mehr für das expandierende Unternehmen. Die Entscheidung deshalb, woanders neu bauen und komplett umziehen. Und das, während weiter volle Kraft produziert wird. Das ist auch für die ganze Mannschaft eine Riesenbelastung. Das ist schon etwas, was man Sorge bereitet. Die Zeit der Bauchschmerzen ist vorbei. Aber die hat die schon gehabt. Also das ist schon eine große Nummer, was wir hier in Simmern machen. Aber es ist wohl überlegt und deshalb habe ich auch so eine lange Zeit gebraucht, bis ich mich, sagen wir mal, endgültig an das Projekt herangetraut habe. Und gesagt, ja, das ist es, das machen wir jetzt. Michael Erbach baut kein Reihenhaus, sondern eine komplette Fabrik für 20 Millionen Euro. Einmal täglich schaut er mindestens vorbei. Das ist schon immer noch ein schönes Gefühl und macht auch Spaß, wenn man ja auch sowas entwickeln kann und darf. Und auch jetzt, wo die Stützen schon stehen, habe ich auch schon in dem Hallenschiff mal gestanden und gesagt, okay, ja, dann kann man sich das doch besser vorstellen. Von der Größe her reicht die Fläche aus. Und wie kann das werden, das sehe ich, habe ich schon vor Augen. Also es ist wie ein Kind. Ja, so kann man es sagen. Juli 2016. Das Kind wächst und gedeiht. In zwei Jahren wollen Michael Erbach und seine Leute am Ortsrand von Simmern die ersten Traubenvollernter bauen. Wir sind noch im Zeitplan auf jeden Fall. Und ich denke mir, wenn du so weiter bleibst, dann bleiben wir im Zeitplan. Es sei denn, der Bau hat wieder Änderungen. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Er hat jetzt alles geplant. Herr Erbach, wir werden doch ausgehen, dass das so funktioniert. Jetzt bleibt es so, ja. Ich darf euch in dem Punkt ja nicht mehr beanspruchen. Gut. Keine geänderten Türen und Tore mehr. In Simmern entsteht die Zukunft von Ero. Noch ist die Firma aber hier zu Hause, im Dörfchen Niederkund, sieben Kilometer entfernt, 300 Einwohner. Ero und Niederkund, 50 Jahre lang war das quasi dasselbe. Mitten im Dorf werden sie gebaut, die Hightech-Erntemaschinen. Komplett, bis auf den Motor. Um die 40 Stück pro Jahr. Eigentlich könnten sie noch mehr verkaufen. Aber mehr geht nicht. Die Betriebsfläche ist in den vergangenen Jahren nicht annähernd gewachsen wie der Erfolg der Firma. Ero platzt aus allen Nähten. Vom Platz her, man sieht es ja, es passt vorne und hinten nicht mehr. Wir sind am Räumen ohne Ende. Und wenn wir dann mal mehr Maschinen bauen möchten, brauchen wir mehr Platz. Also jetzt sind wir wirklich an der Grenze. Mehr geht nicht. Ein Pausenraum für die 160 Mitarbeiter. Auch dafür ist einfach kein Platz. Eine Misere, die Michael Erbach seit Jahren beschäftigt. Die Lösung war eigentlich schon gefunden. Eine großzügige Erweiterung auf der grünen Wiese am Dorfrand. Die Pläne waren gemacht und abgesegnet. Doch dann gab es von der Gemeinde und den Nachbarn immer neue Bedenken. Und schließlich die Entscheidung. Abschied von Niederkund. Mir persönlich ist das schon schwer gefallen. Denn ich hätte auch gerne bei der Firma mit der Familie gewohnt. Ich glaube, dass es ein Vorteil ist, wenn die Kinder in dem Unternehmen mit groß werden. Sie können durch die Hallen laufen. Wie auch jetzt unsere Kinder, nahm wir das. Die fahren da mit den Fahrrädern durch die Firma und reden mit den Leuten und krabbeln mal auf den Volland da drauf. So war das bei mir, so bin ich groß geworden. Und ich glaube, da wurde auch mein Interesse geweckt, dass mir das Spaß macht, die Firma weiterzumachen. Der Neubau in Simmern wächst längst in die Höhe. Das Protokoll hängt etwas hinterher. Jetzt endlich die feierliche Grundsteinlegung. Ein besonderer Tag für die Kleinen und die Großen Erbers. Wie gut wir es mit unserer Belegschaft getroffen haben, ist mir erst kürzlich wieder bewusst geworden, als das Hochwasser binnen Minuten seine gewaltige Zerstörungskraft in unserem Betrieb zeigte. Nur einen Monat zuvor. Starkregen verwandelt den kleinen Kondebach auf dem Betriebsgelände in einen reißenden Fluss. 1,50 Meter hoch steht das Wasser in der Werkshalle. In einem großen Kraftakt habt ihr die Aufräunarbeiten bewältigt, so dass die Produktion nach wenigen Tagen schon wieder reibungslos funktionierte. Ihr seid das Herz des Unternehmens. Deshalb nochmal meinen besonderen Dank an euch. Aber all das wäre nichts ohne die Eltern. Ihr habt das Unternehmen aufgebaut und gerade in den Anfangsjahren auf vieles verzichten müssen. Euch gilt mein größter Dank. Ganz runterdrücken, Maier. So, super. Belegschaft und Familie als Fundament. Darauf kann ein Mittelständler nicht nur symbolisch bauen. Noch täglich schaut Heinz Erbach in der Produktion vorbei. Hier, wo mal der Bauernhof der Familie stand. Doch nur Landwirt, das war nichts für den Tüftler. Nebenher baute er Stalleinrichtungen und heckte dann mit seinem Schwager Herbert Roth, einem bekannten Pfälzer Winzer, die ersten Weinbaugeräte aus. Aus Erbach und Roth wurde Ero. Das hat alles angefangen, ja. Das war der erste Raum. Da habe ich die Küche stehen gehabt, da habe ich gefüttert. Damals hat man so ein Säge, so eine, wie die Schmiede hatten, so Hampelmann sagt man, gell. Da geht ja langsam, ich sägne nicht viel, gell. Immer wieder vorgespannt, dann bin ich wieder füttern kann, wieder vorgespannt. So ging es los, gell. Das war schon stolzhaft, gebe ich zu, gell. Aber da muss irgendwie Gottes Segen dabei gewesen sein, denke ich. Denn ich habe das ja gar nicht gelernt. Und auch er war quasi von Anfang an mit dabei. Peter Gutenberger, heute Herr über das Unternehmensarchiv, früher einer der Konstrukteure. Das hier war der Prototyp und nur das Fahrgestell. Da haben wir da getestet, das bin ich. Wenn Sie hier sehen, da sitzt man im Freien. Da gab es noch keine Kabine oder von vorne, war alles offen. Und im Herbst, wissen Sie ja, es sind immer schön Wetter. Aber kein Problem, wasserdichter Anzug, dann ging das. Gegenüber bastelt Svetlana Sander an den Vollerntern von morgen. Ja, ich komme aus Russland. In Russland habe ich Physik studiert mit Schwerpunkt Ballistik. Raketenbau und wenn wir welche fliegende Vollerntern bauen möchten, dann kann auch helfen. Fliegende Erntemaschinen. Wer weiß, auch hier wird Zukunft geplant. Bis vor einem Jahr war Dirk Klein noch Chef der Vollerntemontage. Jetzt ist er bei Ero als Projektleiter für Neubau und Umzug verantwortlich. Das Vollernterbau habe ich ja jetzt über mehrere Jahre schon gemacht. Das war auch insofern eine tolle Arbeit, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber man wächst ja an seinen Aufgaben und wenn viel Neues dazukommt, das macht schon wesentlich mehr Spaß. Und es kommt ständig Neues dazu. Jeden zweiten Dienstag trifft sich in Simmern das Planungsteam. Die Leute von Ero, der Architekt, die Verantwortlichen der Baufirmen. Es werden Probleme diskutiert und Entscheidungen gefällt. Heute dreht es sich um Abwasserschächte und gläserne Trennwände. Und dann geht es auf die Baustelle. Auch hier Probleme diskutieren und Entscheidungen fällen. Entscheidungen mit ungewohnter Tragweite für ein Familienunternehmen. Zum Glück hat Michael Erbach Lothar Wahl an seiner Seite. Der ehemalige Geschäftsführer eines Baumaschinenkonzerns berät ihn schon länger strategisch. Und hat keine Angst vor großen Projekten. Der Herr Wahl entscheidet auch von seiner beruflichen Erfahrung her gegenüber Aktionären. Oft sehr rational, sehr wirtschaftlich. Und man, wie ich schon sagte, im Familienbetrieb, wir leben ja auch ein Stück weit hier drin. Wir wollen das in der Familie halten. Da treffe ich auch oft emotionale Entscheidungen. Und das sind dann Dinge, die wir nicht einer Meinung sind. Es gibt unterschiedliche Ansichten und es gibt eben Dinge, wo man überzeugen kann. Und auf der anderen Seite aber am Schluss spricht der Bauchherd dann das letzte Wort. Und dann ist Mitte September. Die neuen roten Riesen rollen nach ganz Europa und nach Übersee. Und auch in das rheinhessische Nieder-Olm. Lohnunternehmer Markus Debo ist seit Jahren Stammkunde bei ERO. Auch bei der Anlieferung seines Viertelmillionen-Babys bleibt er ganz cool, oder? Und wie fühlt es sich an? Gut. Schon anders, als wenn man so einen Kleinwagen kauft, oder? Ja, das kostet auch was. Achtfahrer oder Zehnfahrer. Ein bisschen wie Weihnachten im Herbst. Ein klein bisschen, ja. Die Vorfreude vom Stress. Ja, er ist schon aufgeregt. Er freut sich natürlich. Also es ist schon viel Leidenschaft dabei. Apropos Leidenschaft. Am Polterabend der beiden durften die Vollernter zeigen, wie viel Gefühl in ihnen steckt. Neben all der Technik und der Power. Die kommt hier von einem ganz neu entwickelten Motor, der heute einen weiteren Praxistest erleben soll. Also da steckt ein Haufen Arbeit drin. Es hört sich leicht an, wir tauschen mal den Motor oder bauen einen neuen Motor ein. Aber da muss dann doch einiges angepasst werden. Der Kunde merkt es vielleicht im ersten Moment gar nicht, aber für uns dann aus der Technik, da hängt schon ein bisschen was dran. Und wir sind natürlich schon auch immer gespannt, ob er so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ja. Und dann ab in den ersten Wingert. In den kommenden Wochen wird Markus Debo sein neues Spielzeug eigentlich nur zum Schlafen verlassen. Die Winzer haben es eilig mit der Lese. Und die 250.000 Euro sollen sich auch rentieren. In der Zeile läuft die Maschine automatisch. Der Fahrer wird zum Controller. Wir haben hier einen Touchscreen-Monitor, da kann ich drauf rumdrücken, wie auf dem Gameboy oder auf dem Tablet. Ja, was früher drei Hebel gemacht haben, tut eine Automatik übernehmen. Nur auch die Automatik muss bedient werden und eingestellt werden. Ohne das läuft die beste Maschine. Und das gilt natürlich erst recht für die Jungfernfahrt. Ja, Leute, der dreht sich ja gar nicht. Ja, der dreht sich ja gar nicht. Na, so ein Scheiß. Ja, der sortiert euch dreht sich nicht. Der sortiert euch dreht sich nicht. Sollst du mal rausgehen gucken? Nee, die müssen gucken. Ich weiß selber nicht, wie das geht. Gut, dass die Aerotechniker heute eh schon da sind. Denn jeder Ausfall kommt Winzer und Lohnunternehmer jetzt extrem teuer. Deshalb sind die Serviceleute während der Lesezeit immer schnell vor Ort, wenn irgendwas klemmt. Diesmal wohl ein Softwareproblem, mit ein paar Klicks hoffentlich behoben. Jetzt sehe ich einen Volllander. Da muss die Maschine schon für jeden Finger exakt einstellen. Aber ein bisschen was muss der Fahrer ja auch noch schaffen, sonst hat er ja Urlaub. Und dann rappeln sie, die Dornfelder Trauben. Von den Reben geschüttelt vom roten Riesen. Was ich jetzt hier in der Stunde mache, da bräuchte ich eine Lesemannschaft von 15, 20 Leuten den ganzen Tag. Und gerade wenn Wetterumsprünge sind, die Betriebe werden immer größer. Wir müssen immer mehr machen, mehr leisten. Und das muss immer in kürzester Zeit passieren. Und deswegen ist die Maschine auf Dauer in den großen Betriebe eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also egal, ich bin in der Hand, ich bin in der Hand. Die Firma, die soll leben. Daraus trinke ich den Saft der Reben. Nun klar, geht zugrunde. Geweihtzeit, diesmal weg zur Stunde. Richtfest, nur einen Monat nach Grundsteinlegung. Schwenkbraten und Bier in der zukünftigen Produktionshalle. Es geht gut voran mit dem Bau. Doch völlig ungetrübt ist die Feierlaune nicht. Wenn es dann mal entschieden ist, dann ist es so gebaut. Das ist dann auch nicht mehr zu ändern. Und ja, da ist schon ein gewisser Druck auch da, dass das weiterläuft. Und klar, man kann das Ding auch hier nicht aufhalten. Würden wir sich manchmal so eine kleine Pause wünschen? Ja, ja, die würde ich mir schon wünschen. Der Wunsch nach einer Pause, er bleibt natürlich unerfüllt. Fast ein Jahr später, das neue Werk nimmt Gestalt an. Im Alten liegen die Nerven blank. Die Weinlese beginnt viel früher als geplant. Die bestellten Maschinen müssen raus. Die Monteure kloppen jede Menge Überstunden. Bis wann muss denn die Maschine fertig sein? Bis wann? Ja. Morgen früh wird die abgeholt. Dann stehen wir ein bisschen unter Zeitdruck. Ja, sonst kriegen die Winzer ihre Maschinen nicht rechtzeitig. Und das wäre natürlich ein großer Imageverlust für uns. Manche Mitarbeiter kommt sogar früher aus dem Urlaub zurück. Ah ja, weil ich meine, da hängt ja schon einiges dran. Letztendlich auch unsere Arbeitsplätze. Und dann kommt man doch schon mal gern einen Tag früher Arbeit. Warum nicht? Und der Chef pendelt hin und her zwischen Niederkummt und Simmern. Da scheint gerade alles gleichzeitig zu geschehen. Der Lastenkran wird montiert. Gut. Ab. Am anderen Ende der Halle hängt die neue Pulveranlage am Haken. Projektleiter Dirk Klein könnte sich gerade vierteilen. Wenn dann so verschiedene Sachen, die sich zentriert auf einen Tag dann kommen, dann ist es schon recht stressig. Dann denkt man halt eben schon, okay, muss das jetzt alles heute sein? Endspurt Richtung Umzug, Endspurt Richtung Weinlese und alles zur gleichen Zeit. Gerade in der Bauphase ist das schon eine Herausforderung für uns, muss man schon sagen. Denn es sind doch einige Leute, die ja sonst bei Aero operativ mitgearbeitet haben, hier voll involviert. Und ja, das merkt, das klemmt dann mal. Gerade jetzt, wo wir mitten in der Ernte sind, ist das ein bisschen schwierig. Dann wird man natürlich auch irgendwann müde. Da muss man doch aufpassen, dass wir, ja, das nicht überbelastet. Nicht das Einzige, was den Aero-Verantwortlichen gerade Sorgen macht. 2017 war bisher kein leichtes Jahr für die deutschen Winzer. Wir haben das nach den Frösten, haben wir das schon gemerkt, dass da mal für drei Wochen der Auftragseingang fast gegen null ging in Deutschland. Ja, und hatten wir schon Kunden, die dann bei uns waren. Da hatten wir schon gesehen, dass die Situation so schwierig ist, dass da auch das Wasser in den Augen steht. Und das ist natürlich keine einfache Situation. Und da würde man natürlich auch gerne helfen, nur da wünscht sich, dass es anders wäre. Mit dem Neubau will Michael Erbach zukünftig noch mehr für den Export produzieren. Das würde Firma und Mitarbeiter unabhängiger machen vom deutschen Markt und dem Wetter hier. Der Lkw muss jetzt schleunigst zurück nach Niederkund. Voll Ernte ausliefern. Und der Chef packt mit an, ganz selbstverständlich. Wir haben dich hier eben ein paar Meter rüber, ja. Dann kannst du den anderen rumfahren. Ich sag mal, da sind ja auch Mitarbeiter dabei, die schon ganz lange für uns arbeiten. Ich sag ja immer, die haben mich zum Teil mit großgezogen. Einige haben mich auch geprägt. Hin und wieder fällt das schon auf, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen. Da merkt man dann schon, dass die ein Stück weit überrascht sind. Dass der Chef noch so mit zum Teil an der Front ist oder auch da noch mit anpackt. Auch die Kollegen hier können ihren Chef bald noch näher kennenlernen. Auch sie ziehen demnächst um nach Simmern. Die Firma Binger Seilzug. Seit 2006 eine Ero-Tochter. Nach 70 Jahren endet jetzt die Unternehmensgeschichte in Bingen-Büdesheim. Ich arbeite jetzt 37 Jahre hier. Klar, da hängt schon das Herz dran. Aber ich meine, die sehe ich ja selber. Es ist halt alles veraltet. Und wenn sie jetzt hier um die Zeit herkommen, wenn wir Saison haben im Frühling, da findet keine Maus mehr Platz. Das ist dann, wenn wir jede Ecke, wo wir noch irgendwas hinstellen können, wird dann ausgenutzt. Und dann steht man sich natürlich auch in den Füßen rum. Das ist ja ganz klar. Nun wird in Bingen gepackt. Kiste für Kiste, Schlauch für Schlauch. In Niederkumpf ist das schon passiert. Wehmut in Niederkumpf? Aufbruchstimmung in Simmern? Noch ist nicht alles bezugsfertig. Aber der Umzug läuft auf Hochtouren. Besonders komplex das Lager mit seinen Abertausenden von Kleinteilen. Was ist denn da in den Überblick? Nee. Also, du musst schon, äh, vier, drei, fünf. Du musst schon ein bisschen aufpassen. Also, feiern wir mit dem ganzen 0, 1, 0, 2, 17, was, was weiß ich, was ist. Aber am Ende wird es dann doch funktionieren, oder? Ja, denke ich schon. Denn was hier nach Chaos aussieht, hat alles System. Monatelang vorbereitet. Die Reinigungskräfte staunen schon mal. Man müsste hier ein Navi nehmen, um zurechtzufinden hier. Nee, ich find's Wahnsinn. 15.000 Quadratmeter ist die neue Halle groß. 40 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Da kann man tatsächlich schon mal die Orientierung verlieren. Probelauf für die neue Pulveranlage. So etwas gab es bisher in Niederkumpf nicht. Erst recht nicht in Bingen. Alles Neuland. Unsere Strahlanlage Neuland, die Pulveranlage Neuland. Also, von Bingen nach Niederkumpf wäre schon eine Riesenumstellung für die Binger. Aber dann hierher, das ist noch mal eine Nummer kreusend. Ja, klar. Aber, kriegt man hin, muss. Das heißt, der bleibt drin, wenn er auf den Pulveranlage ist. Genau, richtig. Also, den haben wir so gewählt, dass wir dann auf und so... Es sind immer so kleine Schritte. Also, für jede Etappe, die wir fertig sind, sei es der Umzug, sei es der Produktionsbeginn, fällt einem schon so ein bisschen die Erleichterung rein. Also, dann kommt abends schon ein bisschen mit dem Grinsen ein. Ja, das hat mal geklappt. Niederkumpf, Frühsommer 2018. Und, wie es sich gehört, der Käpt'n geht als Letzter von Bord. Das hat mich schon Kraft gekostet, muss ich schon sagen. Ich bin jetzt genau 20 Jahre hier im Büro. Und, wenn man so sieht, wie die ganzen Räume leer werden, also, es ist schon so ein bisschen weh im Mutterbein, man ist auch ein bisschen traurig. Damit der Abschied nicht ganz so schwer fällt, behält der Chef seine 20 Jahre alte Büroeinrichtung. als Einziger in der Firma. Lange haben sie darauf warten müssen. Ein falsch verlegter Boden hat den Umzug von Verwaltung und Konstruktion wochenlang verzögert. Und endlich bezieht auch Michael Erbach sein neues Reich und mit ihm ein Stück alt niederkommt. Und, wie fühlt es sich ein? Ja, schön. Das Büro ist schön. Die Aussicht ist top. Ich glaube, hier kann man gut arbeiten. Die Vollernterproduktion nebenan läuft schon wieder auf Hochtouren. Auch dieses Jahr wird die Lese besonders früh beginnen. Das Heimweh nach Niederkunft hält sich in Grenzen. Dieses Rumgeräume, das hat einfach genervt. Man will sich was schaffen. Und dann musst du erst mal zehn Paletten wegräumen, dass du irgendwie da drankommst. Also, das ist schon besser. Wir haben große Halle, viel mehr Licht, mehr Platz. Es ist auf jeden Fall viel angenehmer zu arbeiten. Viel mehr Platz. Auch für eine sinnvolle Pausengestaltung. Doch noch sind nicht mal die Tiefbauarbeiten beendet. Familie Erbach pflanzt ein Kirschbaum. Das ist die Kirschbäumchen, das Tochter Maja zur Konfirmation bekommen hat. Die frische Erde ist aus Niederkunft. Ich kann direkt von meinem Büro auf dem Baum gucken, ob sie reif sind. Das ist ein schönes Symbol. Wenn dann süße Kirchen hier dran sind, ist das toll, wenn wir die in den Pausen essen können. Und dann ist es soweit. Eine Woche vor der offiziellen Eröffnung ein Fest für die Mitarbeiter und deren Familien. Die sollen das neue Werk als erste kennenlernen. Der Dieselmotor kommt rein, dann wird die Hydraulik verschlaucht. Und so macht die Werksbesichtigung am meisten Spaß. Kaum ein Wochenende in den vergangenen drei Jahren, dass Dirk Klein nicht hier war. Kaum ein Arbeitstag unter zwölf Stunden. Seine Frau musste ihn in dieser Zeit mit dem Neubau teilen. Ich finde, er hat es super hingekriegt. Doch, also setzt sich sehr viel ein. Und ich denke schon, hat er ganz toll gemacht. Und er musste dafür sorgen, dass nebenher auch das eigentliche Geschäft weiterläuft. Im letzten Jahr war es eigentlich das Stressigste. Ja, weil man hat schon die Saison und zusätzlich nochmal den Umzug. Und ich denke, jetzt können wir alle mal ein bisschen Entspannung gebrauchen. Geschafft. Das gilt auch für Michael Erbach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde sagen, ein paar Falten hat es ihm schon gebracht. Ein paar Ringe unter den Augen. Aber er ist auch sehr euphorisch. Also manchmal frage ich mich, wo nimmt er die Energie her? Weil er freut sich richtig, wenn es jetzt endlich losgeht. Und Energie kann heute nicht schaden, bei Doppeltgrund zu feiern. Alle nochmal hier hingucken. Hallo. Der Chef hat heute Geburtstag. Er wird 45 Jahre jung. Und wir wollen uns noch bedanken für das Familienfest, Chef. Und hoffentlich hast du genug Bier bestellt. Gut, Dankeschön aber. Vielen Dank. Happy birthday to you. Happy birthday to him, Ache. Happy birthday to you. Applaus